Was macht Judith Williams, 46, zu der perfekten Jury-Besetzung? An der Seite von Choreograf Kale Kalei und den Eiskunstlauf-Profis Katharina Witt, 53, und Daniel Weiß, 50, bewertet sie aktuell die Leistung von Sarah Lombardi, 26, Timur Bartels, 23, und Co. Doch warum ist die Unternehmerin, die nie eine Sportart professionell ausgeübt hat, die richtige für diesen Job? Ich hab ja sehr viel auch unternehmerisch damit zu tun, Menschen zu kochen, Menschen zu helfen, sozusagen innere Hürden zu überwinden, erklärt Judith im Promiflas-Interview beim Semperopenball. Und ich glaube, egal was du in deinem Leben machst, ist das das Allwichtigste. Ob du Tänzer bist, ob du einen anderen Job hast, führt die 46-Jährige weiter aus. Das ist ein bisschen meine Rolle darin, die emotionale Rolle. Außerdem sei es wichtig gewesen, nicht ausschließlich Eisdänzer in der Jury dabei zu haben, sondern, dass wir ein bisschen einen Lebensschkurr haben, dass wir einen Choreografen haben, dann zwei ganz tolle Eisdänzer drin, um so eine schöne Mischung zu haben, meint Judith. Könnt ihr ihr dazu stimmen? Stimmt ab!